Sie hören den Kurier. Die Europäische Zentralbank EZB dürfte daher am Donnerstag ihre Leitzinsen wieder anheben. Doch wie können höhere Zinsen eine Inflation bekämpfen? Wie weit steigen die Zinsen noch und worauf haben die Zinserhöhungen noch Auswirkungen? Darüber spreche ich gleich mit unserem Finanzexperten Michael Bachner aus der Kurier Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Elias Nordmessnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Jahrelang ist in Europa der Leitzins bei 0,0 oder sogar darunter gelegen. Das bedeutet, wer Geld bei der Europäischen Zentralbank anlegen wollte, musste dafür sogar noch zahlen, anstatt Zinsen für sein Geld zu bekommen. Für den Sparer hieß das, dass er am Sparbuch keine Zinsen für sein Geld bekommen hat. Dafür sind die Kredite außerordentlich günstig gewesen. Ein Immobilienboom ist die Folge davon gewesen. Doch spätestens mit dem Ukraine-Krieg ist das vorbei. Schlagartig haben sich die Energiepreise erhöht und damit eine Inflationsspirale in Gang gesetzt. Mittlerweile sind die Energiepreise zwar wieder gefallen, doch die Inflation ist weiter hoch. Die EZB will jetzt also gegensteuern, doch ist eine Zinserhöhung wirklich das einzige Mittel dafür? Werden wir bald so hohe Zinsen wie in den USA haben? Und welche Auswirkungen hat die Zinserhöhung auch auf die Kreditnehmer? Dazu begrüße ich jetzt unseren Finanzexperten Michael Bachner von der Wirtschaftsredaktion des Kurier im Studio. Hallo Michael. Hallo, servus Elias. Michael, die US-Notenbank FED und auch die EZB erhöhen ihre Zinsen erneut. Warum machen Sie das? Sie machen das deshalb, weil die Inflation hartnäckig hoch ist. Sowohl in den USA als auch im Euroraum ist die Inflation, im Euroraum zumindest sogar gestiegen. In den USA werden wir es erst wissen, das Interpretat noch nicht da. Aber was ich damit sagen will ist, obwohl man geglaubt hat, der Spuk sei jetzt langsam vorbei und wir könnten schon in Richtung Zinssenkungen vielleicht sogar gehen. Nein, das ist nicht der Fall. Inflation ist ein sehr großes Übel, das muss bekämpft werden. Daher weitere Zinsanhebungen. Und ja, nicht die absolute Höhe der Zinsen ist das Problem, sondern dass es jetzt so schnell seit einem Jahr so oft erhöht wurde. Also dieses Tempo hat auch viel überfordert. Kannst du auch schon sagen, um wie viele Prozentpunkte erhöht wird? Also ist das wieder eine große Erhöhung oder ist es ein bisschen moderater? Diesmal wird offensichtlich moderater erhöht, sowohl in den USA als auch in Europa nur um 0,25 Prozent. Das Null ist allerdings auch relativ zu sehen, weil so große Zinserhöhungen um 0,5 oder 0,75, wie wir es in den letzten Monaten gesehen haben, sind ganz, ganz selten gewesen. Da ist dann auch regelmäßig von Jumbo-Zinsschritten gesprochen worden. Das war wirklich auch in der Vergangenheit sehr selten. Vor allem, wenn man bedenkt, woher wir kommen. Wir haben ja viele Jahre gesehen, wo es überhaupt keine Zinsen geben hat. Null-Zinspolitik nach der großen Finanzkrise ab 2008. Und insofern waren das schon massive Schritte. Man hat es ja auch gesehen, was das für Auswirkungen hat. Der Konsument fragt sich jetzt schon natürlich, wohin werden die Zinsen noch weiter steigen? Weil das ist jetzt in den wenigen Monaten, muss man ja schon fast sagen, hat es sehr hohe Zinserhöhungen gegeben. Wo wird denn das enden? Also kann das ins Unermessliche steigen? Ins Unermessliche sicher nicht. Es wird an vielen Ecken und Enden dieser großen Finanzmärkte und Banken und Ökonomen, wer da alle dranhängt, schon immer wieder gesagt, übertreibt es nicht. Weil natürlich Kreditnehmer vor allem sehr darunter leiden. Aber die Inflation darf sich in den Köpfen der Verbraucher und der Unternehmen nicht festsetzen. Diese sogenannten Inflationserwartungen sind das Hauptproblem. Wenn also alle davon ausgehen, dass die Inflation auch noch die nächsten zwei, drei Jahre so hoch bleibt, dann haut das die Wirtschaft und die Stimmung vor allem total zahm. Insofern wird die EZB sicher noch einmal bis zum Sommer draufbleiben, auf dem Gas, wenn man so will. In den USA könnte das Ende der Zinserhöhungen früher sein, weil dort ist die Inflation auch niedriger. Dort ist die Inflation nur 5 Prozent, bei uns ist es ja fast 10 Prozent. Aber in dem Rahmen spielt es sich ab und es sollte dann halt im kommenden Jahr endlich einmal sozusagen auch tatsächlich sinken die Inflation und die Wirtschaft wieder anspringen. Also, was ich sagen will, normaler Laufen, Runderlaufen, alles der ganze Monat. Der Leitzins in den USA ist ja höher als in Europa. Wird Europa da nachziehen? Ja, wir ziehen nach. Wir haben allerdings in Europa auch später begonnen. Es waren ein paar Monate dazwischen, wo ich immer gesagt habe, ins EZB, tu endlich was. Die sogenannte Zinswende, also von Null dann endlich mal wieder in den Plusbereich. Aber wir holen auf und das hat man unter anderem daran gesehen, dass auch der Euro stärker geworden ist. Genau. Du hast es schon ein wenig angesprochen. Wir haben eine sehr hohe Inflation und die höheren Zinsen sollen die Verbraucher und die Firmen dazu bringen, dass die Inflation sich nicht festsetzt in den Köpfen und dass es auch wieder sinkt. Aber wie genau wirkt so dieses Zinsinstrument? Die Idee ist relativ simpel. Die Umsetzung ist sehr schwierig. Die Idee ist, wenn Kredite teurer werden, damit werden Investitionen der Unternehmen teurer. All das soll sozusagen die Wirtschaft ein bisschen bremsen und damit auch die Nachfrage bremsen und die Preise drücken. Weniger Nachfrage, weniger geringere Preise. Also ganz simpel. So nach Lehrbuch funktioniert es natürlich in der Praxis nicht, denn da gibt es viele Einflusssektoren. Ich erinnere nur an die Lieferkettenproblematik aus Asien zum Beispiel, die vielen Materialien bessern, unter denen europäische Autobauer gelitten haben oder oder. Dann war natürlich auch eine Corona-Pandemie zu verkraften und vor allem der Auffahleffekt nach Corona hat die Preise massiv ansteigen lassen. Da kann man jetzt viele, viele Punkte nennen. Die EZB ist nur ein Teil des ganzen Bekämpfungsprogrammes. Die Politik kann eingreifen, die Verbraucher selber können etwas tun, zum Beispiel Strom sparen, dann ist die Stromrechnung auch nicht so hoch etc. Du hast es auch schon gesagt, die Kredite werden durch höhere Zinsen teurer. Die Zinsen für die Sparbücher sind aber noch immer ziemlich niedrig. Diese Differenz zwischen den Kreditzinsen und den Sparzinsen, ist das so, dass sich hier die Banken gerade ein Körberlgeld verdienen? Ja, böswilligerweise kann man das so nennen, Körberlgeld. Das hören die Banken natürlich nicht gern. Es ist so, vom sogenannten Zinsüberschuss, das ist genau diese Differenz, die du jetzt ansprichst, also auf der einen Seite verdiene ich bei den Krediten was und bei den Sparbuchzinsen muss ich was hergeben. Von diesem Zinsüberschuss leben die Banken und Sparkassen. Das ist meistens, im deutschsprachigen Raum weiß ich es, aber es wird international nicht viel anders sein, meistens der größte Gewinnanteil, den Banken haben. Das heißt, sie wären blöd, sage ich jetzt salopp, absichtlich, wenn sie diesen Zinsüberschuss leichtfertig herschenken würden. Die Banken, die allermeisten, zumindest in Österreich, sind ja auch nicht mehr in Staatshand. Das sind private Unternehmen, auf Gewinn orientiert und ausgerichtet. Das heißt, ja, sie versuchen jetzt zu verdienen. Die steigenden Zinsen sind für Banken aber nicht nur gut, also Körberlgeld ist unter Anführungszeichen zu setzen, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber hat wie immer zwei Seiten, auch für die Banken. Ist halt die Frage, wie groß der Gap sozusagen zwischen den zwei Zinsen ist. Auch die Sparer freuen sich natürlich, wenn die Zinsen steigen, keine Frage. Natürlich muss man dazu sagen, wenn die Inflation so wie aktuell bei 9-10% liegt, dann müssen die Sparbuchzinsen schon ordentlich steigen, dass ich da jemals einen Gewinn mache. Man spricht von weiterhin negativen Realzinsen, weil 10% Inflation, weniger 3% vielleicht am Sparbuch, da muss man eh schon lange suchen, dass man das kriegt und sein Geld für viele Jahre binden. Aber dann habe ich noch immer ein Minus von 7% jedes Jahr. Die Zinsen, haben wir auch schon angesprochen, sind ja auch bei den Krediten. Es gab in den letzten Jahren einen ziemlichen Immobilienboom, auch ausgelöst durch die niedrigen Zinsen. Da haben sehr viele Menschen einen Kredit aufgenommen, um sich eine Wohnung zu kaufen oder vielleicht auch ein Haus zu bauen. Viele haben variable Kreditzinsen angenommen, das heißt, die sind an den Leitindex sozusagen angegliedert, das heißt, für die gibt es jetzt real ganz große Zinserhöhungen. Wird das, glaubst du, mehr und mehr zum Problem, dass sich die Leute die Zinsen einfach nicht mehr leisten können, die Kreditzinsen? Ja, es wird sicher für viele Leute ein Problem. Man muss noch dazu sagen, dass Österreich hier in einer Art Sonderrolle ist. Das hat die Nationalbank gesagt, das war mir selbst nicht bewusst, dass gerade in Österreich und die historischen Gründe dafür kenne ich jetzt gar nicht, muss ich zugeben, aber gerade in Österreich ist ein besonders hoher Anteil der Kredite variabel verzinst. Das heißt, in der jetzigen Situation schlecht, weil die Zinsen eben steigen, wie du selber sagst, in den meisten anderen Ländern gibt es hauptsächlich fix Zinsen und da ist es dir egal, wenn die Zinsen steigen. Die variablen Zinsen haben sich jetzt, wenn man von der monatlichen Belastung spricht, innerhalb von einem Jahr verdoppelt, die monatlichen Zinsen, also die Raten, die man leisten muss. Und das ist natürlich für Leute, die zusätzlich natürlich genauso wie wir alle an höheren anderen Preisen, wie Lebensmittel, Sprit etc. darunter leiden oder vielleicht sogar jetzt ihren Job verlieren, was ja auch passieren kann. Ja, dann bist du schnell bei der Schuldnerberatung, weil das kann echt nach hinten losgehen. Und man hat es auch gesehen, wie du selber sagst, am Immobilienmarkt, aber auch ganz generell ist die Kreditnachfrage ganz, ganz stark eingebrochen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass auch im letzten Sommer die Kreditregeln stark verschärft wurden. Also diese Kombination war tödlich für die Neukredite. Man hat also die Reißleine gezogen, aber vielleicht sogar schnell. Weil sich es überhitzt hat in gewisser Weise davor. Vielleicht ein wenig zu später schon und die, die noch zum Schluss abgeschlossen haben. Genau. Jetzt kriegst du schwer noch einen Fixkredit. Genau. Wir haben ja auch schon mal über die Preise gesprochen. Also wir haben gesagt, die Zinsen erhöhen sich damit sozusagen, die Inflation bekämpft wird. Aber hat die EZB nicht auch andere Möglichkeiten, die Inflation zu bekämpfen? Ist das das einzige Mittel? Ein Mittel könnte ja sein auch, dass man die Wettbewerbshüter stärkt, dass die mehr darauf schauen, dort wo es Preisabsprachen gibt, dass man dort eingreift. Ja. Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Wettbewerbshüter haben definitiv ein paar Instrumente an der Hand. Die unterliegen halt nicht der EZB, sondern die sind eigentlich unabhängige Behörden, nur sind ja natürlich auch in einem gesetzlichen Rahmen unterwegs. Und es ist nicht leicht, jetzt kannst du nicht mehr nicht Hausdurchsuchungen bei großen Lebensmittelketten zum Beispiel durchführen. Da braucht es immer ziemlich handfeste Beweise. Es wird zum Beispiel jetzt gerade eine große Untersuchung im Lebensmittelbereich durchgeführt. Klassisch, man kennt sie, Rewe, Spar, die zwei dominanten Platzhirsche hier. Und weil halt die Marktkonzentration in Österreich besonders hoch ist, kann man auch regelmäßig, etwa von der Arbeiterkammer wird nachgewiesen, dass die Lebensmittelpreise in Österreich zuletzt hat es geheißen, 13 Prozent im Durchschnitt höher sind als in Deutschland. Also hier könnten die Wettbewerbsbehüter natürlich sicher was machen, aber man muss sie gesetzlich auch lassen. Hier wäre die Politik gefordert, natürlich schärfere Zähne den Wettbewerbshütern zu geben. Und kann die EZB selbst noch etwas machen, um auf die Inflation einzuwirken? Oder sind die Zinsen das Instrument? Ja, man könnte auch noch über die Geldmenge etwas machen, aber das ist sehr viel schwieriger. In Wahrheit sind es die Zinsen und sehr viel schwächer vielleicht, weil man es jetzt schon über ein Jahr spielt, dieses Spiel, medial können sie Druck machen. Das heißt, über Aussagen von führenden EZB-Mitgliedern in Österreich, Gouverneur Robert Holzmann oder die Christine Lagarde, die an der EZB-Spitze steht, wenn die Klartext reden und sich nicht dauernd widersprechen würden, weil da gibt es nämlich auch die Verfechter von niedrigen Zinsen, Verfechter von hohen Zinsen. Da weiß man dann nie, aha, spricht er jetzt nur für Griechenland, weil er ein Griecher ist oder spricht er für die Eurozone, weil er das große Ganze im Auge hat. Also da ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit, ein bisschen mehr Druck und nicht dieses Hü-Hot. Weil man hat gesehen, jetzt waren ein paar Banken in Schieflage geraten. Sofort hat es geheißen, können da die Zinsen überhaupt weiter steigen? Natürlich, sie müssen weiter steigen, weil die Bekämpfung der Inflation muss Priorität haben. Das ist das größte Übel für die Wirtschaft, für die Menschen. Das ist wie eine Sondersteuer, die vor allem Arme trifft und das kann man nicht auf sich beruhen lassen. Die Zinsen haben ja wirklich auf alles Auswirkungen. Bevor wir vielleicht noch zur weiteren kommen, würde ich mal ganz konkret fragen zum Aktienmarkt. Jetzt waren die Zinsen jahrelang extrem niedrig. Das hat auch die Aktienmärkte befreut. Wir sehen ja auch hier bei den Aktienmärkten gerade, dass sich die Konjunktur da ordentlich eintrübt. Und wenn die Zinsen jetzt weiter steigen, was wird denn das für den gesamten Aktienmarkt bedeuten? Europa ist jetzt nicht so ein großer Aktienmarkt wie zum Beispiel auch die USA, aber dennoch. In den USA hat man gesehen, also jetzt vor der mittlerweile zehnten Anhebung der Zinsen durch die Federal Reserve, die Fed, waren die Aktienmärkte hoch nervös. Man muss nur dazu sagen, das ist immer ein sehr, sehr komplexer Markt, der Aktienmarkt, sehr, sehr volatil und natürlich spielt da hinein, dass jetzt die dritte Bank in Amerika kollabiert ist, dass die Konjunktur schwächelt wie fast überall in der Welt, jetzt vielleicht mit Ausnahmen Chinas und dass noch dazu der Streit über die Schuldenobergrenze in den USA gerade tobt, was natürlich der Zahlungsausfall, der da befürchtet wird, eh nie eintreten wird, weil er zu einer neuen Weltwirtschaftskrise führen könnte. Aber natürlich ist das eine Melange, die ganz schlecht auf die Stimmung wirkt und damit die Aktien im Vorfeld der Fed-Zinserhöhung stark nachgelassen haben. Und was wird das in Zukunft bedeuten, wenn die Zinsen weiter steigen würden? Wird das noch mehr sich einbremsen? Oder ist das dann irgendwann mal sozusagen wieder... Ja, eingepreist sagt man. Eingepreist, genau. Irgendwann gewöhnen sich die Aktionäre dann und sagen, okay, so ist es nochmal, mit der Situation müssen wir leben, aber Aktien von Technologiekonzernen oder Konzernen, die sich in die Wasseraufbereitung, irgendein Klimaschutzthema speziell sind, die sind so viel mehr wert, da können wir weiter investieren. Das wäre eine treibende Kraft einer Aktienmerkung, eine dämpfende ist, wenn die Zinsen steigen, dann werden andere Anlageformen attraktiver, so wie Anleihen zum Beispiel, oder ganz simpel der Sparbuch und dann wird wieder umgeschichtet, weil die großen Fonds in der Welt, die eigentlich den Markt immer bewegen und dominieren, die großen Pensionsfonds in den USA zum Beispiel, wenn die ein paar Milliarden zu investieren haben und das tun sie fast jeden Tag, dann müssen sie immer einen großen Teil davon in ganz, ganz sichere Dinge wie Gold, Anleihen und sowas stecken und können nicht nur zocken. Dadurch verschiebt sich da immer recht viel in kurzer Zeit. Du hast die Bankturbulenzen in den USA, aber auch in Europa angesprochen, da wurde jetzt in den USA eine relativ große Bank, musste gestützt werden. Was hat denn das mit den Zinsen zu tun? Das ist ein relativ schräger Zusammenhang, weil eigentlich verdienen ja Banken ganz gut, wie wir zuerst vom Zinsüberschuss gesprochen haben. Aber in der Vergangenheit, wie keine Zinsen zu verdienen waren, in der Nullzinsphase, haben Banken wie diese Silicon Valley Bank in langlaufende US-Staatsanleihen investiert, da hat man noch ein paar Zinsen bekommen. Und in dem Moment, wo die Zinsen dann endlich gestiegen sind, ab dem Vorjahr, ab dem März, April ungefähr in den USA, sind diese Staatsanleihen schlagartig weniger wert gewesen, weil wieder andere Anlageformen attraktiv waren. So, jetzt haben die Milliarden abschreiben müssen, mussten aber gleichzeitig verhindern, dass ihnen die Kunden davonlaufen, also den Kunden Zinsen bieten. Und diesen Spagat haben sie einfach nicht geschafft und sind kollabiert. Also steigende Zinsen, wie gesagt, immer zwei Seiten, ist nicht nur gut für die Banken. Und du hast ja gesagt im Vorgespräch, die Zinsen haben auf Sachen Auswirkungen, die man vielleicht so gar nicht so vorstellen kann. Kannst du mal ein bisschen noch sagen, was die Zinsen noch alles bewegen? Ja, also Zinsen, wenn man so will, ist der Preis des Geldes eigentlich die lange Jahre unbeachtet, weil es null Zinsphase war. Aber jetzt sieht man, es hat auf die Währung den Euro zum Beispiel einen Einfluss. Also wenn die Zinsen in Europa steigen, werden Veranlagungen im Euro-Raum attraktiver, wenn man Zinsen bekommt eben auf sein Geld. Da fließt tatsächlich aus der ganzen Welt Geld in den Euro-Raum und damit steigt der Euro gegenüber dem Dollar. Das ist gut, weil dann werden Importer billiger und wir haben ja das Riesenproblem gehabt, dass uns das Russengas so teuer geworden ist. Wenn der Euro letztes Jahr schon stark gewesen wäre, hätten wir nie so eine Riesen-Energie-Problematik gehabt. Das hat man in der Schweiz gemerkt, da war der Franken stark. Die haben eine niedrige Inflation dadurch gehabt, weil sie russische Energie günstig importieren könnten. Also dem Euro helfen steigende Zinsen. Beim Goldpreis ist es wieder lustigerweise andersherum. Da haben die Anleger schon den ganzen April über darauf spekuliert, dass in den USA die Zinsen dort nicht mehr weiter erhöht werden, weil da hat man schon gesagt, okay, es passt eh alles und die Inflation ist nicht mehr so hoch und es reicht eigentlich eh schon. Und diese Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen oder dass die Fed den Fuß vom Gas nimmt, hat den Goldpreis fast auf seinen Rekord hochgetrieben von mehr als 2000 Dollar je Feinunzer. Also das hat auf irrsinnig viele Sachen Auswirkungen und jetzt könnte man ein ganzes Pro-Semena auf der Uni halten. Am schlimmsten sind natürlich steigende Zinsen für stark verschuldete Länder. Ich sage jetzt Afrika. Im Moment wird da irrsinnig verhandelt, auch mit dem Währungsfonds und so weiter. Länder wie Kenia, Tunesien, Pakistan, Sri Lanka, Sambia, Ghana, da habe ich mal herausgeschrieben, das sind jetzt die, mit denen aktuell verhandelt wird um Umschuldung und so weiter. Diesen stark verschuldeten Ländern kommen hohe und höhere Zinsen gar nicht zugute, weil die haben immer irrsinnige Probleme, ihre Schulden, die dann meistens in Dollar gehalten werden, auch zurückzuzahlen. Aber diese Schulden, die die Länder machen, sind ja auf der anderen Seite, gibt es ja Geldgeber, das heißt für die sind steigende Zinsen wieder ein Segen, denn die bekommen mehr für ihr Geld. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber dieser berühmte Spruch, Geld wechselt ja nur den Besitzer, es verschwindet nicht. Der trifft natürlich hier besonders zu. Und wenn der Dollar stark ist und stärker wird, dann werden Dollarschulden teurer und das bricht vielen Ländern, das sprichwörtliche Geniege. Und dann hat man wieder die andere Problematik. Wir jammern zwar, wenn bei uns die Konjunktur eingeht, also in die Knie geht und die Inflation hoch ist, aber wie es Ländern in Afrika geht, das blenden wir meistens aus. Die haben dann nämlich auch noch eine Hungerkrise und eine Dürre und 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 und. Und da machen wir uns gar keine Vorstellungen davon. Genau. Und gleichzeitig spielen da zum Beispiel die Getreideexporte aus der Ukraine eine große Rolle. Sehr, sehr komplex. Jetzt sind wir schon sehr weit von eigentlichen Zinsen, dem weg ist logisch, aber genau das ist ja der Punkt, dass das alles miteinander zusammenhängt und kaum von einander zu trennen ist. Speziell, wenn es um die ganz großen Geldmittel dann geht. Da werden immer gleich Milliarden Hilfspakete geschnürt, anders geht es auch nicht. Sonst ohne die westlichen Hilfsmittel wäre die Ukraine schon längst im Staatsbankort. Und selbst die Ukraine hat ausländische Schulden, die sie regelmäßig zurückzahlen muss. Jetzt ist es halt im Moment so, dass wir das Geld im Kreis schicken, weil wir leihen der Ukraine Geld, damit sie die Schulden bei uns zurückzahlen kann. Derzeit ist ein Kreislauf, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Zinsen weiter im Blick zu behalten. Das auf jeden Fall, ja. Michael Bachner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja, danke. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die Ukraine hat dem russischen Präsidialamt zufolge in der Nacht versucht, mit zwei Drohnen den Kreml in Moskau anzugreifen. Präsident Wladimir Putin sei bei dem versuchten Angriff nicht verletzt worden. Es habe auch keine Schäden an Gebäuden gegeben, berichteten russische Nachrichtenagenturen. Die russische Verteidigung habe den Angriff auf Putins Amtssitz abgewehrt. Die Vorwürfe wurden von ukrainischer Seite aber umgehend dementiert. Man habe damit nichts zu tun. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj ist unterdessen zu einem Überraschungsbesuch in Finnland eingetroffen. Dort wird er unter anderem über den ukrainischen Verteidigungskampf und die finnische Unterstützung für sein Land sprechen. Und in Salzburg sind heute die Koalitionsverhandlungen von ÖVP und FPÖ gestartet. Bei einem ersten Treffen ging es vor allem um die Festlegung eines Fahrplans. Unser Ziel ist es, die Gespräche bis Ende Mai abgeschlossen zu haben, hat ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Nachmittag gemeinsam mit FPÖ-Chefin Marlene Svacek gesagt. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Datmesnik over and out.